Jetzt sind nach 9,5 Minuten der Schamagrette stellt die Position für Regie Valkyne, die Herzen schicken nach hier werden. Ganz geschwöhnlich, die Topathlete stellen die Heimaten 1. Startnummer und die Pergien, die natürlich herzlich aus Kenia an, aus Äthiopien kommen. Wir fangen nun bei den Damen an der Startnummer F. Zwiele gewonnen die Perse über den Festzeitmarathon für 2.34 auf 4 Sekunden. Wir wünschen einen sehr heißen Willkommen zu Senina Chemungi von Kenia.